Und ich freue mich sehr auf deine Schriftvorstellung. Bitte komm doch auf die Bühne. Herzlichen Applaus, bitte. Danke für die Einleitung. Das mit dem Eigenwillig kann ich unterschreiben. Ist jetzt wieder der Wackelkontakt? Okay. Ja. Ich werde heute keine fertige Schrift vorstellen. Es ist mehr eine Großbaustelle, die ich Norbert genannt habe. Und ich möchte so ein bisschen den Prozess erläutern, wie das bisher alles mehr passiert ist. Sie ist nicht vor Lukas entstanden, sondern währenddessen. Aber das ist auch alles egal eigentlich. Ja, vor zweieinhalb Jahren, nee, vor etwas über zwei Jahren, nach meinem Masterstudium in Den Haag bin ich nach Berlin gekommen. Deswegen auch der Vollbart. Das muss man da tragen. Und was ich da mache, ist eigentlich, also acht Stunden am Tag bin ich eigentlich nur dabei, die Schriften anderer, also von Lukas fertig zu machen. Und um ein bisschen bei Sinn zu bleiben und weil ich halt auch keine Freunde habe, verbringe ich meine Freizeit damit, meine eigenen Buchstaben und Rhythmen zu kreieren. Und die Prozesse sind nicht immer gleich. Manchmal basieren sie auf eher schlechten Lettering-Versuchen. Manchmal bediene ich mich an gefundenen alten Zeichen. Oder ich plane das Ding komplett durch und mit vielen sehr detaillierten Skizzen, was dann auch irgendwann hoffentlich in einer Schrift resultiert. Aber die Neubert, die ich heute vorstellen möchte, die ist, ja, passiert. Es fing an mit einem anderen Projekt, für das ich 27 Versale R's gezeichnet habe. Und ich wurde von verschiedenen Leuten dazu gedrängt, irgendwas mit diesem R zu machen. Etwas widerwillig habe ich dann angefangen, ein paar andere Versalien dazu zu zeichnen. Letztendlich dann auch den ganzen Versalsatz. Und es sollte auch nicht dabei bleiben. Es sollte eine Displayschrift werden. Wie gesagt, nur Versalsatz. Nach kurzer Zeit, ja, schönes Detail. Nach kurzer Zeit habe ich mich dann doch dazu entschieden, da vielleicht auch Kleinbuchstaben hinzuzufügen, wie man in einer der sehr wenigen Skizzen, oder für sehr detaillierten Skizzen hier, erkennen kann. Ja, so dass, ja, ich habe einfach alle geklemmt, da habe ich alles gemacht. Weil ich versuchte, meinen deutschen Herkunft ein bisschen zu entrinnen, wollte ich versuchen, einmal so ein bisschen crazy zu sein, weil normalerweise meine Entwürfe sehr präzise, simpel und clean konsequent sind, wollte ich jetzt super toll verrückt sein und habe das versucht mit eher inkonsequenten Formen, wie zum Beispiel runden und quadratischen Punkten. Anderes Ding war, das kleine G hat mir leider überhaupt nicht gefallen, aber ich war in Warschau in einem Buchstabenmuseum, wo ich eine tolle Inspiration gefunden habe und die dann quasi auch übernommen habe. Also das ist jetzt das rechte G, was da drin resultierte. Wenig später trotzete ich durch St. Petersburg und ich beschaute nicht nur kyrillische Buchstaben, sondern auch lateinische, wie zum Beispiel diese hier. Das Quadratische hat mich eigentlich überhaupt nicht so interessiert, sondern mehr die Füße vom R und vom G, welche mich dazu inspirierten, diesen leichten, etwas weiteren Schnitt zu machen. Und schon recht schnell manifestierte sich die Idee, daraus keine klassische Familie zu machen mit zwei Extremen, die ich miteinander interpoliere und dann ganz viele Instanzen rausschütte, sondern es sollte vielmehr eine Kollektion an Displayschnitten sein, die Unterschiede haben, aber auch Gemeinsamkeiten, wie es zum Beispiel früher auch im Embleisatz war, wo verschiedene Größen und verschiedene Schriftschnitte einfach Unterschiede hatten, aber trotzdem irgendwie miteinander funktionierten. Und aber auch, weil der gerade sehr omnipräsente Begriff Variable Fonts mich bereits gelangweilt hat. Daraufhin habe ich einen weiteren Schnitt entwickelt. Zuvor hatte ich eine Tendenz zu schmalen bis sehr schmalen Schnitten, woraufhin ich mich einfach mal ein bisschen austoben wollte und eher in die Breite gehen wollte. Und dieser Zwischenschnitt sollte nun eine Schnittstelle zwischen den beiden Schnitten bilden. Es ist eine Mixtur, es sollte ein Mix sein aus zum Beispiel weichen Übergängen von der leichten, aber auch harten Übergängen von der fetten. Ich wollte aber auch, irgendwie hätte ich das Bedürfnis, was richtig Fettes zu machen. Währenddessen aber die Großbuchstaben mir ein bisschen Kopfschmerzen bereiteten und die kleinen Buchstaben mich ein bisschen schlaflos ließen, weil dieses G einfach, also selbst für mich ist die Gewichtsverteilung nicht wirklich annehmbar. Das Problem ist nämlich, man kann so weit wie man möchte in die Horizontale gehen, also nahezu endlos. Hier ist das Problem, dass die Höhe ist fixiert. Das bedeutet, je mehr Horizontalen man hat, desto dünner muss man sie gestalten, damit man irgendwie nur noch den Buchstaben reinkloppen kann. Also beim N hat man zum Beispiel, ist nur eine Horizontale und das ist somit die dickste. Beim O ist es so, die wird schon ein bisschen dünner, weil es auf A2 sind und beim G ist Polen komplett offen, da geht einfach gar nichts mehr. Und also das ist generell ein Schema, was man benutzt, damit man, also wir nennen das optische Anpassung, damit man irgendwie den gleichen Grauwert hat. Aber das war einfach ein Kompromiss, den ich nicht wirklich eingehen wollte. Es war aber auch ein Moment, wo ich kurz darüber überlegt habe, das vielleicht, also alle Schnitte interpolierbar zu machen. Aber auch eigentlich nur für den Moment. Dann habe ich mich doch dazu entschieden, aber irgendwann habe ich dann halt mein nicht ganz so fette Fett gefunden mit einem annehbaren G. Ja, und letztendlich habe ich auch endlich einen Familienplan gegründet, damit ich überhaupt ein Ziel habe, damit ich weiß, wo ich hin will und damit das Ganze vielleicht auch hoffentlich irgendwann mal ein Ende hat. Und dieser Familienplan hat auch Kondensschnitte beinhaltet. Ich habe da verschiedene Weiten probiert und verschiedene Details im Bein-Fuß-Bereich und ich habe auch probiert, die vertikalen Rundungen rund zu lassen, aber nichts davon hat irgendwie wirklich mir gefallen, sodass ich das jetzt erstmal verworfen habe. Währenddessen habe ich dann weiterhin den ursprünglichen Schnitt, den anderen Schnitten angepasst. Irgendwann kam dann auch mein Deutschsein durch und die Details wurden konsequenter durchgehend. Und auch ab und an kamen weitere Skizzen dazu, wenn ich nicht weiter wusste für ärmliche Details oder wenn mir langweilig auf der Arbeit war oder ich nicht das machen wollte, was ich sollte. Auch kyrillisch habe ich dann angefangen zu zeichnen. Und das große Problem für mich ist, oder eines der großen Probleme für mich war da, dass es, ich finde, dieses K ist das einzige K, was zu den restlichen Buchstaben passt, also diese Konstruktion des Ks. Und es gibt leider den Gedanken, dass man im Kyrillischen unbedingt ein anderes K haben sollte, eine andere K-Konstruktion. Und das finde ich ein bisschen nervig, wofür ich dieses K auch übernommen habe. Das ist richtig nötig gerade, egal. Aber das resultierte dann halt auch in diesem J, also diesem Doppel-K. So nennen wir Profis das. Und das ist eine sehr unpopuläre Konstruktion. Es neigt dazu, sehr schnell sehr dunkel zu werden in der Mitte von schmalen, fetten Gewichten will ich gar nicht anfangen. Jedoch war das weitere Problem, dass ich, mein lateinisches R hat diesen geschwungenen Fuß, geschwungenen Bein und Fuß. Und normalerweise ist es so ziemlich das gleiche Design für das kyrillische Ja, was einfach nur das vertikal gespiegelte R ist. Jedoch steht das, das Ja, in der gleichen Designgruppe mit dem K und dem J, worauf ich mich dazu entschieden habe, dem ein anderes Bein zu geben. Aber mit der Zeit habe ich das doch alles verworfen und es endete in der letzten Reihe. Ich habe dieses Octopus-J, was ich eigentlich überhaupt nicht wollte, und ein anderes K. Aber ich habe das tolle Ja. Kompromiss. Also Norbert spricht also auch zumindest Russisch. Ich wollte aber auch die anderen lateinischen, oder anderen Sprachen, die auf dem lateinischen Skript basieren, nicht vernachlässigen. Und dafür braucht man ja in den meisten Sprachen Akzente. Und ich habe mir gedacht, ja, weil es in der Displayschrift ist, kann man die übertrieben groß machen, dass sie ganz funky aussieht. Aber ich habe mich dann doch dazu entschieden, sie sehr simpel und einfach zu lassen, sodass man auch zum Beispiel tschechisch mit einem normalen Zeilenabstand setzen kann. Irgendwann habe ich dann doch die Kondens gefunden, die mir gefallen hat. Wenn auch das K halt so ist, wie es ist. Ich habe mich nämlich dazu entschieden, dann doch den vertikalen Rundhungen eine Gerade zuzuschreiben. Ich denke, bei derartigen Kondensen, Konstruktionen macht das durchaus Sinn. Und es hat mir halt gefallen. Das ist zum Beispiel einmal der Prozess vom kleinen g. Man kann ganz gut sehen, wie die Unterlänge immer kleiner wurde. Ich glaube, wenn Buchstaben eine sehr kondensende Konstruktion haben, brauchen sie keine besonders ausladenden Ober- und Unterlängen. Und damit man das alles sowieso noch kompakt zusammenpacken kann, dann auch mit geringem Zeilenabstand später setzen, was ja für Headlines durchaus von Vorteil sein kann, habe ich mich halt dazu entschieden. Eine fette Kondens sollte es auch noch werden. Zu Anfang war das ein bisschen schwierig. Da irgendwie das Weiß, beziehungsweise jetzt das Schwarz aus diesem weißen Block rauszumeißeln, um da einen erkennbaren Buchstaben rauszumachen. Aber irgendwann ging es dann doch relativ fix. Worauf ich mir dann dachte, dass ich ja auch eine leichte Kondens machen könnte. Jedoch ist jetzt die Frage, wie dick oder dünn sie sein darf und wie quadratisch oder rund. Das ist alles noch ziemlich in der Schwebe und ich bin mir auch nicht wirklich sicher, ob es das jetzt ist. Ich glaube nicht. Naja, ein anderes Problem waren dann auch noch die Buchstaben Zuläufe. Also ich spreche von diesem Schniepel da oben. Am Anfang habe ich mir gedacht, ich mache die alle anders, also in der untersten Reihe. Darum. Als ich dann jedoch die Kondensschnitte gemacht habe, habe ich halt gefallen an den Kontrast gefunden mit diesem dünnen Abstrich, sodass ich das im Endeffekt jetzt auch für alle anderen übernommen habe. Und auch das ursprüngliche G hat sich dem Design der anderen Gs untergeordnet. Ja, und jetzt. Also sie hat ja noch viele, viele Baustellen und eigentlich möchte ich ja auch noch eine Kursive dazu zeichnen, aber ich glaube, das macht nicht wirklich viel Sinn, solange die Aufrichten nicht fertig sind. Aber geplant sind sie. Und falls, wenn, hoffentlich bald, in 100 Jahren, die dann irgendwann fertig ist, sofern die coolen Leute bei TypeMeC noch wollen, wird sie dann da auch veröffentlicht. Und danke für die Aufmerksamkeit. Applaus Die Kondensschnitte Die Kondensschnitte Untertitelung des ZDF, 2020